oder Silberner glaube ich Ok, wann hast du das letzte Mal auf Fiesta Wiki reingeguckt? Puh, ist schon ein bisschen näher, aber da habe ich es nachgeguckt Ich habe es ähm, 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 vorgestern, ne, vorvorgestern? Keine Ahnung Du bist auf jeden Fall in so einem Dungeon, glaube ich Nein Und äh, an meine alte Gilde ist es immer noch nicht die Kollaps Oder wie heißt die? Das ist ein Kollaps, ne? Das sind Bossmonster Kollaps sind Bossmonster? Hä, wo willst du hin, Mann? Keine Ahnung, der läuft Ach, du willst zur Sandburg? Ach, der will zur Sandburg rein, okay Ja, geht doch schneller so Anstatt den Umweg über Eldarina zu nehmen Äh, um Ruhm, über Ruhm, ja, meine ich, ja Lade, schneller Ach, ich vergnüge mich hier noch ein bisschen Holz, ich brauchst nämlich das Holz Für den Kusch-Quest, für den Sammel-Quest, den ich angenommen habe und nun, ja, ich hab ihn Okay Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Wir nehmen gar nicht mal so kurz auf Äh, eine halbe Stunde auf, ja Aber der Quest, also beruhig dich, dieser Quest gibt keine Erfahrung Okay Er gibt mir nur ein Er gibt nur ein Er gibt nur ein Item Und zwar? Eine kleine Bank, glaub ich Gucken Gelbes, klassisches Sofa Yeah, wer braucht keine Sofas? Wenn sie dann auch noch klassisch sind, dann sind sie perfekt Und gelb, ja, gelb auch noch was Und gelb Sonst können wir es eigentlich schon vergessen Hier, kurz hier Kann ja nicht Ja, ich hab ihn hier Ich hab dich eingeholt Ich bin gerade durch ihm fährt, ich bin fährt Oh, du musst vor allem den Umweg, 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 Umweg auch Nein, der läuft aufm Weg, das ist viel cooler Ja, aber das ist Umweg Hä, wo läuft der denn hin, bei dir? Guck, ich bin schon da Hä, ich bin doch schon da, siehst du? ich bin auch schon da ein Prost und sie ist auf der Karte minimal ist es kann man gar nicht beschreiben ich darf ja noch keine Fiena-Schwetschen Verleugner Fiena, Entschuldigung für Stück ist doch dasselbe kein Grund akkursiv zu werden hier drinnen kannst du dein Pferd nicht benutzen weil es dann automatisch wegkloppt und man es nicht mehr benutzen kann Verleugner Fiena du bist auch schon da dann wollen wir mal loskloppen würde ich sagen die machen ziemlich viel Damage, pass auf machen wir überhaupt kein Damage normalerweise machen die Damage also normalerweise aber wir sind ja auch nicht normal ja genau, wir sind Imba genau Imba heißt imbalanced das heißt nicht normal also unbalanciert eigentlich unausbalanciert aber ich will diese Fiena töten ja ich muss Kupferhals hauen nein ich tue es einfach weil ich Bock habe weil ich Metz haben will Metz ich bin Metz süchtig weißt du meine lieben Metz so ähm ein Verleugner Fiena noch mhm ich hau so lange Kupferhals wir brauchen Fiena 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 hast du irgendwelche Liste F-Spacken oder so lass mich in Ruhe das war nur eine Frage bleib mach cool down ist sie tot? nein sie nicht ich weiß es sie ist ich bin voll am sterben wer? ich nicht das war die letzte oder? nö nein ich hab ein Skelett gekloppt ja hab ich gesagt du hast ja hier auf jeden Fall irgendwas gekloppt ich hab den Blitzzauber auf 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 Blitzen sehen ja die äh äh Moment ich hab ein Skelett gekloppt ja hast du schon mal gesagt ja wieso sagst du dann wieder was anderes? hä hab ich doch gar nicht hab ich doch gar nicht jetzt lass mich irgendwas sinnloses ups jetzt hab ich eingeladen das wollte ich gar nicht ähm warte warte in den Caps schreiben das ja genau das aufgeben aufgegeben ich hab ein Quest aufgegeben die du nicht hast du hast was sinnloses zugeflüstert toll komm raus hier oh dieser Mana stein frisch zu viel Mana auf ach ich ich denke aber ich muss zu diesem Ding dahin zu dem Typen weil du musst dann früher immer ne obwohl weißt du noch damals in den guten alten Zeiten damals als ich noch vierster gespielt habe ist schon ziemlich lange her wolltest du nicht nur ne wolltest du nicht nur ne halbe Stunde aufnehmen? ne halbe Stunde? nein wir wollten ne Stunde aufnehmen achso vier Folgen sind ne Stunde hä wie lang nehmen wir jetzt eigentlich auf? ich hab keine Ahnung wir nehmen äh lass uns noch sechs Minuten aufnehmen dann passt das achso nehmen wir jetzt ne Stunde auf oder? fast ne Stunde ne halbe Stunde oder? ich hab keine Ahnung wollen wir gleich noch ein bisschen SV wir werden mal sehen ob ich das noch schaffe ja gerne also äh ich hab Zeit ich weiß nicht genau hast du mal wieder keine Ahnung von dem Terminplan oder was? ähm deppin pvnd hä was hast du für'n spocken? so heiß ich ja ach nee ich muss hin aber mein Pferd ist mein Pferd ist fast hinüber von daher kommst du her? ich geh schon mal noch rum ne? ich glaube alle Leute haben boah wieso? weil ichs kann wieso fragst du abonnierst du mich? oder was? ich bin nicht abonnier ach so dachte ich jetzt eigentlich allerdings hab ich nichts dagegen wenn ihr mich abonniert ne? ja also ihn schön abonnieren mich müsst ihr nicht abonnieren weil ich hab eh noch keine Videos von daher ja also ihr könnt mich nicht abonnieren ich glaub ich hab einen einzigen Abonnenten ich weiß nicht wieso weil du cool bist ja genau vielleicht hab ich dich abonniert kann sein ich hab wenigstens einen der zu mir steht bam 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 und äh aggessiv aggessiv ich schrei- ich schreib hier gerade irgend so um die sinnlose Sachen zu hehehe stell dir vor er melde dich jetzt das wäre doch mal witzig nein das fände ich witzig nicht gut könntest du das Geschenk zu Rubi bringen? ja meider gerne ok wo sie zu Rubi? da ist Rubi aber erstmal muss ich zu Maria ein Quessel geben Geschenkhut oh das ist ja auch ein Quessel geben den Quest kenn ich noch nicht dass man hier ein Geschenkhut kriegt oh was schreibst du? gib doch mal die Quests ab und hör auf sinnlose Sachen zu schreiben nein niemals Krankheitsüberträger geil es gibt neue Tiere das Mammut ist geil oh yeah geiles Mammut er steht auf das Mammut genau äh ich muss irgendein Geschenk zu Rubi bringen ja ich weiß hast du das schon gemacht? nö ich bin gerade dabei ich klappe jetzt alles ab und dann weißt du so und bist du dabei aggressiv oder was? ich bin aggressiv hm vielleicht äh wirklich? cool ich bin mir da gar nicht so sicher ehrlich gesagt ok ungezogene Grünlingen ja gut noch mehr Großvater Robins bitte was brauchen wir denn da? nein sag nichts so jetzt muss ich jetzt muss ich gucken groß rattenkämpfer oh yeah der Quest ist geil oh mein Gott was ist das? das ist ein Mammut haha ja warte ich noch ich steh auf das Mammut hab ich ja schon gesagt oh oh aber das setzt voraus dass das Mammut weiblich ist naja es kann ja auch sein dass ich schwul bin aber das bin ich nicht also hier keine Vorurteile keine Vorurteile Apfeldiebe machen wir nicht ne oder? warte ist das eine Sammelquest? ich muss grad gucken ob man dafür einen Apfel braucht oder nicht Apfeldiebe ne brauchen wir nicht ok dann nehmen wir an aber bei der zweiten braucht man glaube ich Apfel Apfels hä? komm achso mein Pferd ist alle schmeißen wir das Pferd weg jetzt kann jemand das Pferd hier ich labere mit einem Typen ein Pferd mit null Tempo ja ja ich nehme eine älter Rolle so viel besser Robi der Mokume nein das ist so stark eben seine Gang ja was hab ich da geschrieben ich bin ich bin gerade drauf what the fuck äh ich schreib gerade irgendwas vollkommen los ist was ich sag du wolltest schreiben du bist grad auf Youtube oder? ja sowas in der Art hat der Typ irgendwas von Youtube gelabert? hä? ja der meint dass viele ihn auf Youtube kennen wer? wen? was? den Typ den ich gerade sinnlos angelabert hab ja wie heißt der denn? vielleicht kennst du? äh xx paradox xx kenn ich vielleicht doch ne ich auch nicht vielleicht hat der auch einen anderen Youtube Namen als sein hier weil Fjess das kann ja ist ja theoretisch möglich ne? ne ne weiss nicht ne vielleicht schon also also falls wir jetzt irgendwas übersehen sollten also xx paradox heißt das hieß der ne? ja ähm falls 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 das Video sieht kann er uns gerne seinen ähm Youtube Namen posten vielleicht gern weniger ja vielleicht ich werde immer so krank genau ich werde angehandelt ja von wem wohl von wem wohl hörst du mich eigentlich gut? das weiß ich gar nicht genau ja das ist ganz in Ordnung weil dieser mein Inventar ist voll ehrlich aggressiver weise aber wir nehmen ja sowieso schon ziemlich lange auf wir machen gleich ne Aufnahmepause nicht wahr? ok nicht wahr? jo nicht wahr also jetzt? oder wann? oder wie? oder wo? ich ja ich ja lass mal jetzt ne Pause machen ok warte ich muss zu dir kommen wo bist du? da befindest du also Pause eher gesagt Schluss ne? jo ok Aufnahmepause schon aber Schluss mit Fiesta genau ok ok obwohl es vor wird glaub ich heute nix mehr ach manu ok vielleicht irgendwann später ja ok ähm das war's für diese Aufnahme ich habe ich hoffe es hat euch gefallen jo ich hoffe wir werden Paradox irgendwann nochmal wiederfinden dann entschulde ich mich dass ich irgendein ähm bullshit zugeschrieben habe ok dann sag ich mal tschau ne? ja genau tschau ich ich bin froh dass ich auf beschäftigt bei Skype gemacht habe weil ich wurde zwischendurch nochmal angeschrieben und das hört man dann ja nicht äh nicht tschau tschau